Leute, guckt mal, was für ein Tomatenberg. Boah, wir haben heute Tomaten geerntet. Voll krass. Wie viele Tomaten das sind. Ja. Gelio. Ja, ja. So viele Tomaten. Genau, die machen wir jetzt zu einer wundervollen Bolognese-Sauce. So, ultimativer Test. Wie viel ist da jetzt drin? Boah, das ist so viel. Und 4,5 Kilo. Das ist so krass. Und das ist noch nicht alles, weil wir haben schon mal einen kleinen Tomaten so gegessen. Und mal so ein bisschen so mit Basilikum und so. Und jetzt nochmal 4,5 Kilo. Das ist so, warte ich, wie viel das ist. Das ist unglaublich. Oh Gott, das wird viel Bolognese-Sauce. Jam, jam, jam. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.